Heyo Leute, Burelp hier am Start und ja, willkommen zu dem letzten Video für dieses Jahr. In diesem Video wollte ich mich einmal bei euch bedanken für euren ganzen Support und ja, also es macht mir wirklich sehr, sehr Spaß, weiter hierhin Videos zu machen auf meinem Kanal. Und ja, was soll ich noch kurz zu halten? Ich wollte einfach nochmal unbedingt ein letztes Video für 2016 drehen und nochmal online stellen, weil es soll einfach nochmal so eine schöne Erinnerung sein. Und ja, ich wollte euch auch noch einmal mitteilen, dass ich euch einen guten Rutsch in das Jahr 2017 wünsche, was jetzt auch in einer halben Stunde ist. Und ja, habt einfach eine wunderschöne Zeit noch in der letzten halben Stunde. Sagt einfach eure letzten Worte auch in den Kommentaren für dieses Jahr. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Jahr 2017. Danke Leute, ciao! Dich, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020